Hi, Breitenberg. Okay, eins in den Chat, wer würde, ignoriert mal, dass es ein Imposter ist. Dicke eins von mir im Chat. Was für eine glorische Brust. Mein Name ist Celia Schier und mir fällt schon direkt eine Gemeinsamkeit ein, die wir beide haben. Wir haben beide einen Baumeln. Was? Bruder, was hat ein Roberto da gerade rausgehauen? Das war gerade ein Uppercut für mich, ne? Baumeln ist verrückt. Stellt euch vor, die machen beide... Vergleich einfach, die hat einen größeren, ja.